Was machen wir jetzt? Jetzt machen wir... Wo sind denn die Musiker hin? Das denken wir natürlich. Das Klavier ist leer, das heißt wahrscheinlich... Wir sollen jetzt hier irgendwie ein paar Akkorde greifen, oder wie ist der Platz? Ich glaube, lass uns doch mal zusammen Musik machen. Ich habe schon ewig nicht mehr selber Bass gespielt, aber ich würde den Bass jetzt auch in die Hand nehmen. Und Sie spielen mir leidenschaftlich gern und gut Klavier. Ich spiele Klavier. Genau. Und ich spiele Klavier. Zwei, da bleibt Amen. Amen. Amen.